Hallo Freunde, willkommen bei Wir schauen beim Schiffsbau zu Simulator 2018 mit Boris. Hallo, stecke gerade ganz tief im Schiff. Ja, hältst dein Rüssel ordentlich rein da. Oh ja, ist wie Dr. Biber. Ist es denn dann eigentlich fertig? Ja, so weit. Wollen wir kurz kicken? Alles. Das ist ja wunderbar. Und ich bin auch ein bisschen vorangekommen. Yeah. Und zwar, das Design sieht jetzt so aus. Die Teile gehen längs auf, weil wenn man die quer öffnen möchte, dann kommt da eine Unsymmetrie rein und das, ja. Sieht nicht aus. Ne, überhaupt nicht. Möchte ich nicht. Unsymmetrie ist Eise. Bäh quasi. Genau. So. Bad, very bad. Was brauchen wir denn jetzt? Computer, kleine Herstellungsmotoren. Äh, da will ich hin. Computer und kleine Herstellungsmotoren. Computer. So, sollte theoretisch reichen. So, wie ich das designertechnisch jetzt noch löse mit der Beschusssicherheit, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht irgendwie mit auf dem Schirm hätte. Zur Not lasse ich es nämlich einfach so. So, jetzt ist die Frage. Ne, die Frage stellt sich noch gar nicht. Die Frage stellt sich erst, warum machst du jetzt? Die Frage stellt sich erst, wenn ich den Brückentower gebaut habe. Dafür sollte man vielleicht auch dann mal so ein bisschen planen. Aber kriegen wir hin. So, jetzt haben wir zumindest die schon mal alle geschweißt. Das schaut gut aus. Hm. Ja. Hm. So, ich brauche mal ein paar Hilfsblöcke. Hm. Hm. Wenn ich hier die Mitte habe. Stückchen noch. So. Drei oder fünf? Sie entscheiden. Reihe drei. Drei. Gut, also bekommst du eine Dreierbreite. Hm. 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 Aber da ist es nicht so mickrig aus. Mach es uns. Ich glaube, ich gehe hoch auf neun. Yes. Und nochmal drei. Und dann. Nochmal drei. Sieht schon eher nach was aus. Drei, vier, fünf. Ja, fünf und dann wieder drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, wufzehn. Ja, ich glaube, das kann man lassen. So, dann wieder fünf von denen. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, völzehn, wufzehn. Eins. Hä? Ne, passt schon. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann müsste das ja jetzt eigentlich bis eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, vierzehn, fufzehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Jawohl. So, dann tun wir das mal ein Stückchen nach oben. Was ist das wieder an Material kostet? Unmengen. Aber zum Glück ist mein fleißiges Schweißerlein ja bald wieder dabei. Wann kommt denn der online? Hä? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So. Und dann dasselbe hierfür. So, jetzt mal, obwohl ich mache erstmal nur die Front und gucke mir mal an, wie das aussieht. Das Ding muss natürlich übelst verstärkt sein, weil das ist ein absoluter Angriffspunkt. Da werde ich vielleicht drei oder sogar vierfach verstärkte Panzerung anbringen. Jawohl. Weil wenn die uns die Brücke wegballern, haben wir verloren. Oh ja. Dann reiben wir so Lost in Space. Das wollen wir ja nicht. Oh, da fällt mir ein. Meine Nase juckt. Ja, mal kraxen, ne? Und, ähm, wir brauchen dann auch noch einen, also, ich denke mal in der Größenordnung fünf bis zehn Jump Drives. Ja, mindestens, ne? So, ja, auch ein bisschen, äh, springen das Ding. Ja, weil je mehr Jump Drives du hast, desto weiter kannst du springen. Jo. So. Das Ganze einmal gedreht. Gucken wir mal, wie das so guckt. Na, vielleicht nochmal drei Block höher. Drei Block, aber das soll es dann gewesen sein, von der Höhe her. So, wie schaut's aus, energietechnisch und alles ist noch toti. Ich kann das Licht ausmachen, es ist hell genug hier. Ups. Ich sehe die Erde, sie ist so wunderschön. Juri Kakaarin. Ja, ich denke, das ist eine ganz angebrachte Höhe. Das kann man so lassen. Oh, mein fleißiges Schweißerlein. Hallo? Hallo. Er ist da. Also zumindest im Funkkreis. Ich kämpfe gerade mit der kaputten Säge. Wie mit der kaputten Säge? Ah, meine Säge will nicht sägen. Warum das denn nicht? Ich weiß nicht. Muss ich jetzt vorbeikommen und da rumflexen? Ja, bitte. Weil sonst haben wir gleich hier Realverlust. Wo bist du denn? Da irgendwo, denke ich? Hier? Da, wo es so funkt und nichts trennt. Ich sehe weder was funken, noch sonst sehe ich dich. Ich kann mal um den Asteroiden weiter rumfliegen. Du musst... Hä? Ob Richtung Erde. Äh, mehr Richtung Sondererlein. Besser gesagt. Ah, schlecht zum Schreiben. Soll ich Düse sehe? Aber nix. Wie weit bist du denn weg? Hm. Eine gute Frage seht ich nämlich auch nicht. Nein, von der Basis. Achso, na, ich bin immer noch am Asteroiden. Äh, Basis. Quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Äh, 19... 193 Meter. Ich bin jetzt hier ins Weltall geflogen, weil ich dachte, du hast irgendwas verloren. Äh. Ja, aber der Sender am... Geschehen so. Also in der Nähe von deinem Dingsbums. Genau. Erst geht es eigentlich eher gerade Richtung... Jetzt bin ich relativ unterhalb von unserem großen Schiff. Relativ unterhalb vom großen Schiff. Also das, was jetzt schon über den Asteroiden hinausragt, das große, das breitere. Ach, da bist du. Und was machst du hier? Ich will das Ding ja wegflexen. Was für ein Ding? Was hier so rumschwebt, siehst du das nicht? Nee. Okay. Okay, das erklärt, warum ich das auch nicht wegflexen kann. Leicht. Wir sind desynchron. Neeein. Bitte. Na, das... Äh, also... Was hier gerade rumfliegt, ist... Äh, der Projektor mit dem kleinen Reaktor und dem Arm und so, weißt du? Oh Gott, gehengeflogen. Nett. Meinst du, äh, derjenige für deinen kleinen Fighter? Ja, genau. Okay, warte, ich geh mal eben prüfen. Der kleine Fighter steht hier mit Reaktor und Projektor. Na, toll. Erklärt auch, warum, äh, er auf einmal weggeflogen ist, ohne dass ich was gemacht habe. Sehr schön. Äh, ich glaube, ich mache mal einen kleinen, feinen Relog. Ja, äh, tu mal. Boah, ausladen natürlich, selbstverständlich, sonst, äh, wird's teuer für mich. Ich bin ja wieder von Gehalt abgezogen. Ja. Was ich nicht bekomme, also... Gehe ich natürlich ins Minus. Genau, schuldest du mir halt was. Doch mehr? So. Ich bin ja mal kurz, äh... Tut das, tut das, tut das. Ich im Spiel. Ah, ich komme gleich wieder. So, schwere Panzerung können wir eigentlich anbringen. Eieiei, gutes Personal ist heutzutage. Schwer zu finden, nicht wahr, Schettel? Ja, durchaus. Wenn du welches findest, sag mir immer Bescheid. Mach ich, ich halte die Augen offen. Soll ich dann gleich eine Visitenkarte von dir in der Hand drücken? Klar. Sagst du, oh, du bist aber ein Feiner. Ja, du kannst bestimmt schweißen. Bist nicht arbeitsscheu, dann komm mal ran hier. So, jetzt muss ich hier natürlich einmal, obwohl... Na doch, geht so. Die ganze Fläche einmal hier zuballern. Oh, ich bin auch schon wieder da. Das bedeutet, die leichten Blöcke hier, die kann ich hier wegballern. Aber was ist denn bei mir? Wieder alles normal? Jo, schau gar nicht schlecht aus. Autsch. So. Okay, das heißt, hier kann man noch eine ordentliche Raketenbatterie mit Truftballern. Designer-Technisch kann ich auch noch ein bisschen was machen, also... Das läuft schon. So, warte mal, dann ziehen wir hier erstmal eine Line. Ja, halt die Backen mit deiner Energie. Schweißen tue ich das Zeug noch nicht, weil... Hier muss ich ja das eine oder andere noch aufflexen. Für unsere Raketen. Ich möchte mal nicht an den Munitionsverbrauch denken, also noch nicht. Das kommt, glaube ich, noch früh genug. Ja, also ich denke mal so anfangs so mit 10.000 Raketen oder was? Das sind wir ganz gut bedient. Glaube ich auch. Weil das werden ja hier... Das wird ja hier... Das ist ja, also... Okay, weiter hinten kann man es dann aufhören, aber ansonsten ist das schon ein ordentliches Stück... ...feuerkraft, was ich da vorne mit reinflanschen will. Jawohl. Wo muss das denn? So, Treppenhaus müssen wir uns dann natürlich auch überlegen, wie wir das machen. Boah, ein Fahrstuhl wäre halt richtig cool. Aber ich sehe schon, das gibt mal wieder so eine... Oh Gott. Wie hat Gronkh das Zeug genannt, wenn er nicht... Wenn er gestreamt hat und das nicht aufgenommen hat? Ach, ZDF zwischen den Folgen. Ja, genau. Willkommen beim ZDF. Obwohl, das könnte man vielleicht echt mal streamen. Hier dieses Zwischending, was wir dann hier basteln. Das können wir mal machen. Entschuldigung. Kurz. Wenn du mir so rüberkommst, natürlich nicht, ne? Was? Verstehe ich nicht. Oh, warte mal. Da kommt mir noch ein richtig cooler Gedanke. Hier könnte auch noch so ein anderer Hangar mit rein. Das wäre natürlich auch cool. Weil hier im Weltraum durften die Blöcke ja nicht allzu viel wiegen. Solange wir keine Anziehungskraft haben. Stimmt. Da könnte man durchaus sagen, alles klar. Da sind mal große Tore, die auffahren. Na, mal schauen, was ich da mache. So, jetzt wieder Tankzeit. Mehr tanken muss das lang. So, weiter geht's. In der Luststümperschlei. So, wie machen wir das hier so? Ich würde sagen, so. Ist es hier genauso? Ja, 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 ja. Hier ist eine hier mit rüber. Rüber! Hä? Achso. Ja, ja, schon, schon okay. So, und hier hinten lassen wir einfach mal offen. Boah, hier muss ich auch noch mal knack, 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 knack. Hast du dir eigentlich mal das Spiel Raft angeguckt? Nein. Wenn ich es ehrlich gesagt zugebe, es sagt mir gerade nichts. Das ist, wo du auf so einem Fluss, auf dem Meer unterwegs bist, dir so Gegenstände angeln musst und dann in Rot vergrößerst. Okay. Das sah ganz witzig aus, hat aber für mein, ja, Spiele-Erlebnis-Wohlfühl-Gefühl zu wenig zu tun. So, okay. Hat es jetzt nicht so viel dazu beigetragen? Genau. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen müsste, boah. Ja, musst du haben. Na genau, das ist kein so ein Must-Have, weißt du? Eher nicht so für mich persönlich. Gibt Leute, die sagen, yo, mega cool und so. Prinzip ist auch schön, aber naja. Für mich ein bisschen wenig zu bieten. Oh, ich muss mich hier noch eintragen für die Alpha-Version von Satisfactory. Oh ja. Oh, da, da freue ich mich drauf. Mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann mal nähere Termine. Wünschenswert wäre das wohl. Oh ja. Aber man weiß, wann es kommt, ne? Jupp. Dass du schon mal Gewissheit hast. Da muss ich mir 19,95 zusammen sparen, damit ich mir das kaufen kann. Genau. Zur Not nimmst du halt einen Kredit auf. Oh. Upsi. So. So, das sollte eigentlich noch ganz gut ausgehen, dass ich hier... Oh man, der Bau hat ja super funktioniert. Warum? Na, keine Ahnung. Was hast du denn gemacht? Versuche ich jetzt was in den Verbinder reinzutun, wovon er sich jetzt eigentlich denn das ganze Zeug schnappen soll. Macht er aber nicht. Hast du dein Schiff an? Weil wenn du... Ja. Aber er zieht sich nicht. Was soll er sich denn? Ach ja, wir hätten... Ach, ich hätte mal vor, vielleicht mal, ne? Uran rein tun sollen? Yes. Also ja, ich habe jetzt natürlich Uran in den Verbinder, aber natürlich ohne Energie zieht er sich natürlich auch nichts, ne? Oh Gott. Was du machen kannst, ist mal ganz kurz eine Batterie drauf bauen, weil die hat ein bisschen Energie. Das genügt zumindest damit, dass sich das Uran zieht. Eieiei, nicht dran gedacht. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht und ich habe gesehen, es gibt Motoren über eine Mod, die 100 Giganewton haben. Okay. Ist nicht schlecht, sage ich mal. Aber mir persönlich wäre es immer noch lieber, wenn ich das händisch umschreiben könnte. Huch. Aha. Also du meinst die Giga... Giga... Giga-Tool... Giga-Walt selber eingeben? Ja. Jetzt brauchst du da, haben wir es. Dass ich die Begrenzung von 36 Meganewton auf, keine Ahnung, 100 Giganewton erhöhe. Ja. Na, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Wenn da so die Brücke ist. Wenn das Ding dann nach hinten noch geht. Oh. Da fällt mir ein Triebwerke, mein bester Triebwerke. Seid ihr... Ihr seid kleine Triebwerke. Oh, seid ihr süß. Ja, dafür müsste ich hier... In der Rolle... Flohpapier? Ne, Panzerung mit einbasteln. Damit ich hier zumindest mal so ein bisschen was an Triebwerken hinkriege. Ach ne, das ist zu niedrig. Äh, zu flach. Das muss noch ein tiefer. Hier so. So, über Form und Anzahl ist man sich noch nicht ganz einig. Aber es werden wohl viele. Ah ja, wäre das schön, wenn man hier ebenfalls gespielt bauen könnte. Das wäre ein Spaß. Wie bei Arvorion? Ja, es gibt auch hier in Space Engineers diese Option, aber halt nur im Kreativmodus. Das ist wirklich doof, ne? Dezent. Oh, ha. Oh, ha. Ja, da war eine Stange im Weg. So, da haben wir zumindest schon mal einen Arm voll Triebwerke. So, dann klatschen wir da überall leichte Panzerung mit rein. So, das sieht ja schon mal so aus. Hier kommt dann überall noch so ein leichter Panzerungsblock oben drauf. Ich bin echt gespannt, was der Ochse hier dann wiegt. Das wird einiges sein, denke ich. Wir haben es geschafft, so viel Materie zu komprimieren, dass wir ein schwarzes Loch erzeugt haben. Space Engineers, auf Wiedersehen. So, und oben drauf kommt dann nochmal ein Block Schwere. Also, ich glaube, ich laufe es dann eben kurz in der Aufnahmepause, dass ich da mal Stahlplatten nachproduzieren, so eine Million oder so. Oder zwei. Ja, ich denke mal, eine reicht von Anfang. Und Metallgerüste ungefähr auch. 500.000. Ich bin mal gespannt, was unser Frachtraum dazu sagt. Ja, voll ein Vogel, ich gehe hoch. Bumm. Wiedersehen. Ich glaube, das war bei den Bohren so. Wenn du die überfüllst, explodieren, glaube ich, die Frachtcontainer. Oder die Bohre, irgendwie so, war mir da. Oh, okay. Nice. Das ist mir aber schon eine Ewigkeit her, dass ich das gemacht hatte. Äh, du? Ja. Der Fighter ist zwar fertig. Ja. Aber der ist ganz schön lahmarschig. Okay. Ich habe noch Zeit, ich kann es noch ausprobieren. Hier werden noch x Reaktoren angezeigt. Hm, habe ich auch gerade gesehen. Warum auch jetzt erst? Entschuldigung. Hallo. Deswegen wahrscheinlich auch, dass er jetzt... Ja, okay. Wusste ich das selber sehen. So, als erstes. Dass er auch zu wenig Energie hat. Wahrscheinlich durch die Reaktion, die noch nicht fertig gebraucht sind. 3, 4, 5... Aber wieso zeigt er mir das jetzt an? Das finde ich jetzt voll scheiße. Wird er nämlich vorhin nicht gemacht. So. Das mal Obacht. Also Obacht. Ja. Also beim Gas geben voll überladen. Ja. Aber auch so bewegte er sich relativ langsam. Ich bin nicht ganz überzeugt. Also der erste war besser. Ja, hat er recht. Das war viel, viel besser. Naja, aber was war Hamm, haben wir. Genau. Aber, und er sieht schick aus. Ja. Also er steht, ich steig aus. Alles klar. Euch landen erst mal lieber, was? Dann können wir den komplett ausmachen. Ja. So, für all diejenigen, die es nicht wissen. Hier ist der erste... Haben wir das im Stream gemacht? Ich weiß nicht. Das ist der erste Fighter? Nee, den haben wir nicht im Stream. Oder doch? Aber im Stream. Gott. Das ist das andere Ding? Naja, das ist eigentlich der allererste Fighter von dir. Und dann aber auch. Und dann ist das andere. ja na sind stück runter weiter 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 sorgt danach links rollen ja naja noch ein stück runter nur ein stück nach links rollen nase runter nase runter nase runter nase runter nase runter runter links wollen ja steht ja und knöpfchen aus und tschüss so aber das bedeutet für dich für mich ich habe jetzt wieder zahl hervorragend kannst du ja quasi mal kurz an angucken was ist also zum schweißen gibt da ist quasi eine feine auswahl an diskreter schweißarbeit sag ich mal so lobe ich mir das also ich glaube ich habe keine stahlplatten mehr dabei sind alle ja dann würde ich sagen dann ist die folge auch alle wenn die schon alle sind ja dann ist ja gucken wir mal wie fleißig boris in der pause ist und ich sag bis zum nächsten mal wiedersehen